Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video werden wir für diese 5 Pferde hier Paten suchen. Ja, wenn ihr eins dieser Pferde adoptieren wollt, oder auch alle, dann schreibt einfach Nummern rein. Also, Mexiko ist die 1, Ash hier ist die Nummer 2, der süße Valeur ist die Nummer 3 und sie hier, die Diana, ist die Nummer 4 und zum Schluss die liebe Rubin hier ist die Nummer 5. Und, ja, wenn ihr alle Pferde adoptieren wollt, könnt, adaptieren, das ist immer so, sorry. Also, wenn ihr alle Pferde als, halt, als ihre Paten sein wollen, dann schreibt einfach Hashtag alle rein. Und, wenn ihr die verschiedenen Nummern, ähm, als Paten sein wollt, einfach Hashtag 1, Hashtag 2 und so weiter. Ja, und im nächsten Video, wenn sich dann ein paar gemeldet haben, werden wir das dann auslosen. Und, ja, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.